Domina Corpulenta mit üppigen Proportionen und Fachwissen in Erotikunde. Was ist denn das, Erotikunde? Das heißt, dass die sich auskennt. Ah ja, die kennt sich aus. Da liegst du nicht schief. Guck mal hier, Sonneangebot. Was? Eine halbe Stunde Austobe mit Ringel, Piez und Anfasse. Alles drum und dran, 100 Euro. Wenn da alles inklusiv ist, dann wird die doch auch Windele wechseln. Windele wechseln, das ist gut. Wenn das dabei ist, dann ist das ein gutes Angebot. Guck mal, die Adresse ist nicht weit. Das schaffen wir doch noch. Ja. Das wär doch was. Das ist richtig. Ist da was Kleingedrucktes, das ich nicht gesehen hab? Genau. So. Hm. Was? So spät. Das ist jetzt spät. Das steck ich ein. Das steck ich ein. Das steck ich ein. Scheiße. Das braucht ja keiner zu sehen. Dass das keiner sieht. Dass ich das mir hier in die Tasche gesteckt hab. Und sag bloß deine Margarete nix davor. Die braucht das nicht zu wissen. Also bisse. Das knöpp ich mich hier noch bis sie zu. Bis die von ihr Nickerchen aufgewacht ist, sind wir schon wieder dran. Da hätten wir doch mehr Energie übrig hinterher. Ach, geh fort. A Taxi? Ei, wozu dann? Das ist doch Verschwänzgeld. Ajo. Blödsinn. Vielleicht hab ich mir da noch hin. Da haben wir die paar Mädel. Für die Domina. Da haben wir noch hin. Was übrig. Für die Domina. Klar. Wirst du? Ei, los dann. Korbulenta. Aja. Dann. Dann. Gib Gott. 쓰는 Ou. Sichне. Vielen Dank.